Imperium Unser Name steht für Dominanz Unser Name steht für Stolz Unser Name steht für Erfolg Das Reiche gilt auch für meinen Namen Den Namen, unter dem ich in der ganzen Welt bekannt bin Der Name, den mir meine Eltern zu Ehren des Familienpatriarchen meines Großvaters gegeben haben Der Mann, der mir diesen großartigen Sport vorgestellt hat Doch jetzt ist es an der Zeit die Vergangenheit hinter mir zu lassen Und es ist Zeit Imperium auf meinen eigenen zwei Beinen mit meiner eigenen Identität in die Zukunft zu führen Es ist Zeit, es ist Zeit für eine komplett neue Generation für Imperium Wir schließen die Tür der Vergangenheit und öffnen eine neue Tür Eine Tür in die Zukunft Eine Tür und eine komplett neue Zeitrechnung Es wird eine Zukunft angeführt von diesem Mann Ein Mann, der Angst und Schrecken in der gesamten BWE verbreiten wird Derin General Gunther Aros Entferne